ich brauche zwei punkte dafür ja warte ich suche dich gleich fallschirm fernglas mine ablenkungsköder soll man ablenkungsköder macht das sinn nicht unbedingt aber kannst zu machen was ist denn das kein schmerz verlängert die dauernde chance resistenz okay so ich suche dich jetzt mal wo bist du denn ich bin ganz in deiner nähe ich sehe dich du bist im kofferraum ja der kev hat ja ganzes geld alle google play gut haben leer gemacht so nächstes ziel auf der karte wo gehen wir jetzt hin hier ist auf jeden fall noch was hier ist noch ein neuer ort oder sowas da ist noch was auf der karte hier oder ist das schon aber schon haben was ist hier jopil das kartell hat alle dorfbewohner gekidnappt was da müssen wir wahrscheinlich helfen gehen war ja dann würde ich sagen dann laufen wir mal nach jopil was ist denn das hier ist der mark hier im checkpoint überwacht die straße nach el tacua installation da ist nicht mehr gut okay jetzt ist es da hinten müssen wir nur am rennen was auf jetzt ein auto oder du kannst normalerweise alle autos von da ich kann das schöne limousine erstmal können hier auch mit licht ja natürlich kann es auch ausmachen das nicht sitzwechsel halten eilig hier kommen wir heimlich hinterher fahren und nachtsicht macht sich die geil was ist das lamborghini das habe ich seit dem iran nicht mehr gesehen wo ist der hin wo ist der lamborghini hin da der fährt vor uns komm rein hier komm rein die schießen auf uns steiche los komm wir müssen fort die haben da hinten die lamborghini haben sie kaputt geschossen ich gehe fest ja das war eigentlich ich mit einem schuss so ich wollte doch eigentlich ganz normal das ist das ziel aus den augen verloren warte mal ich bremse wollen es zu ach ja genau aber hier ist mir gerade zu viel action und ich sage gerade ist das war gerade eben noch nicht so da hoch müssen wir alles klar ich habe eigentlich gedacht dass es gerade drüber geht hier aber das wird wohl nicht ach komm das ist doch für den arsch ja naja gut aber wir müssen doch laufen marki nützt nichts vorhin waren es 300 meter jetzt sind es 500 das ist das geringere problem moment verstärkung rückt an habe ich ich habe uns ein auto organisiert lkw und dann machen sie dem scheiß ein ende verstanden gepanzerten suv so irgendwie special agent hops bei fast and furious fährt ja ich hänge fest und er kann nicht klettern ach das geht mir auf den sack dass er nicht klettern kann warte bist du das hier mit dem warte mal du bist ja nichts für mich ja nice ich steig da mal einfach ein hier ich glaube du wirst hier rechts hochfahren sonst du kommst du nicht durch foto modus der foto muss aktiv tun sie l3 und r3 um in den foto modus zu wechseln also warte mal l3 und r3 muss ja so sein foto modus ähm kann es sein dass wir schon da sind ja das ist fast fast auf jeden fall l1 und r1 können wir effekte machen wir sind da warte warte mal ich kann ein foto von uns machen alter als ob dass du richtig professionell wieder eingeparkt hast hier und was macht dann mit x ist ein foto schießen oder was blö r3 ich habe keine ahnung erst habe ich ein foto gemacht glaube ich ok sind wir da äh scheinbar weil links davon ist der ort dann gehen wir doch mal da runter ja toll jetzt kommen wir aus dem loch nicht raus ach oder off doch huch äh mag ich mich steck fest nein sag mir nicht dass das jetzt da ich hänge in dem loch und ich kann nicht springen da nervt mich da oh scheiße ok jetzt habe ich mir krass selber geflucht boah ne loch lebst du ich komme hier nicht raus ist doch kacke ähm öffne mal die karte ja warte warte ähm ich öffne mal die karte und geh auch äh und geh mit dem steuerkreuz auf mich dann müsstest du eine blitzreise machen können du bist tot wieso bin ich tot ich habe keine ahnung aber ich komme und rette dir wieso bin ich wieso bin ich hä was ist jetzt passiert hat er auf mich geschossen das schaffst du nicht mehr ach warst du das grad schon ich will nicht schlafen aber jetzt komme ich trotzdem nicht hier raus warte jetzt gehe ich hier raus und jetzt gehe ich auf dich blitzrein ne nützt nix nützt nix weil ich neben dir bin das ist ja geil das haben wir gleich kannst du mich rausschubsen ne aber wieso guck mal jetzt ob ob du eine blitzreise zu mir machen kannst ich bin etwas weiter weg 300 meter ja oder gerade eben habe ich das symbol gesehen ja jetzt wieso was war denn das jetzt bist du gerade weggebeamt ja ja es ist leider teilweise ein bisschen verpacktes spiel dass du an bestimmten stellen dich fest frisst ja das ist ja nicht so dramatisch ich meine das kann ja passieren das ist ja was soll ich sagen und da werden auch wieder mopeds also könntest du dich austoben ja nice haben wir wieder mopeds wo wollten wir eigentlich hin auf der karte haben wir denn den ort gefunden wo wir hin wollten hier ist neu du wolltest zu yucca irgendwas ja aber das ist schon weg von der karte achso wir könnten jetzt da waren wir schon hier drüben ist auch ein ausruhzeichen warte mal was ist das beschafft die informationen im rebellenoperation nach komm dann geh mal dahin dann muss man jetzt links hoch auf die straße und dann fahren wir mit dem motorrad an komm machen wir das hast du ein motorrad? ja natürlich natürlich also Motorrad ist mit am schwersten zu fahren eigentlich ja komm du musst jetzt du bist halt fast in die falsche richtung oder? weiß ich nicht ich fahr einfach auf der nase nach genau einfach querfeld ein alter als ob jetzt bin ich erstmal hier runter gesprungen ich sag halt am Motorrad quitschi du fährst in die völlig verkehrte Richtung ja das war keine absicht ich bin einfach nur vom berg gefallen ach so einfach so vom berg gefallen aber ich bin wieder auf der straße glaube ich gleich da ist doch die straße oder? hinter der wand gegen die ich gerade dagegen gefahren bin tupi 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 tup das ist das über die straße wo die uns vor entdeckt haben schon hier da santa monika bist du hinter mir da bist du vor mir bist du hinter mir okay hier steht das auto was ich was du hier vorhin gestellt hast oder so ein paar gegner sind ja ich halte ja mal ganz entspannt an und sie mal kurz die andere waffe wie viel werden das jetzt sein ja moin guten tag du willst wissen wissen wie viele sind gar kein neues hier war doch ist irgendwo ein störsignal okay ich habe hier auf jeden fall das was ich gesucht hat aber ich habe kein fester du kannst du quasi immer du kannst es aussehen was du machen willst mit dem ding war ja ich habe mich ein peilsender reingepackt für die rebellen so es müsste ja noch immer vor mir sein glaube ich wenn man die alle ausräuchern die herumrennen wollen wir das machen da oben ist noch ein gelbes ausrufezeichen in 99 metern hast du die markierung siehst du das bei dir ich soll es markieren wäre nicht schlecht ja so mitten in den ganzen mittendrin in den ganzen roten eine mutierte waffe sieht ja oder sogar gesagt ja was oft da da sind können wir denn das aber in ruhe erstmal ich habe zu spät gesehen ja ich habe auch zu spät gesehen wer hat mich gerade gesehen ich muss die andere waffe nehmen ach da oben hier ist ein scheinwerfer kann man kaputt schießen ja den habe ich ja gekriegt oder da ist ein geschützturm oben auf dem dach alter ist ob ich geh jetzt auf das dach hier versteckt mich auf dem dach naja es ist super versteckt auf dem dach steht man doch gar nicht mittendrinne wo schießen sie denn wo es haben mich schon bitter erwischt ich gehe mal runter was ist denn das da eigentlich Achtung 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 Mörser irgendwas rotes kommt hier ja das sind Mörser alter der erwischt mich volle kanne ich bin ja schon am aufräumen was machen denn die hier für Aktionen doch dort steht der Mörser ich sehe den können wir den abschießen oh das ist gar keine dumme idee ich habe eine idee ich habe den glaube ich runter geschossen da nee das war aber nicht die räumen hier auch richtig auf ne die gehen hier richtig steil zred lp herzlich willkommen das ist schön dass du da bist zred lange lange nicht von dir gehört kriegt man da oben diesen dummen turm da weg das muss ja möglicherweise diesen dämlichen turm da weg zu schießen jetzt gehe ich hier einfach mal rein ich drehe jetzt die türe hier ein geht nicht ich kriege die türe nicht auf was ist damit das ist doch was ist das hier eine wand man muss da irgendwie reinkommen du bist schon drin ich habe einen hintereingang benutzt ja das ist bloß ein geschützturm okay also hier über die normale straßeneinfahrt so kommst du jetzt nicht rein also muss ich ja bei dir hinten lang latschen das machen weiter mal was schießt doch hier wer sieht mich denn da immer hatte keiner so hier ist ein geschützturm bist du jetzt ganz außen rum gelatscht und von hinten reingegangen ja so aufgeräumt da mag niemand einfach alle weg rammelt hier drin was ist denn das noch hier ist noch irgendwas mit x ach so das ist überqueren bloß so dann ist hier vor mir was mit einem pfeil nach oben das sind fertigkeitenpunkte genau also ich kann aber auch was anderes machen anstelle des fertigkeitenpunkt nehmen oder fertigkeitenpunkte sind fertigkeitenpunkte das ist das ach so okay das waren fertigkeitenpunkte das hier kann man das markieren oder kann ich das nehmen aufnehmen hier können wir doch was markieren aber was wo ist das jetzt hier drin oder was gehen wir hier rein jetzt betten jetzt soll kommen wir betten markieren das ist auch geil nachschub wir lassen die rebellen wissen wo sie den nachschub finden sie können uns später danken überleg mal wie viel das in den chips einstecken haben muss um den rebellen hier irgendwelche gps-sender zukommen zu lassen so jetzt das gelbe 4 ist gelbe ausgutzeichen das ist jetzt da wo du bist hier ist noch ein motorrad hier da ist es dort habe ich sie sucht komm her du der hat ein schönes smartphone dort halten sie viele sympathisanten gefangen auch das mieseste gefängnis führ durch okay suchen wir das gefängnisdorf okay den weist zu den vermissten das sollten wir überprüfen okay den weist zu den vermissten dann werden wir mal in das gefängnis schauen hier drüben ist wieder ein konvoi glaube ich nebeneinsatz konvoi der steht im stau glaube ich gar nicht mal so verkehrt wollen wir uns den gönnen das ist der der wir vorhin gerade nicht gesehen haben wenn wir sie kriegen dann ja ja das ist der der hier vorhin gerade stand bewegt er sich oder steht er 11 fertigkeiten der scheint zu stehen stimmt der steht der steht im stau da unten ne ne aber er steht trotzdem mit dem motorrad hinfahren oder von weiten jetzt mit dem schafftengewehr stopp schon mich bitte aufheben wie jetzt nicht aufheben bist du hingefallen nein da kam ein auto das habe ich nicht gesehen hat er toll gemacht würdest du mich bitte aufheben hallo da fu hallo sind wir auch einmal fertig hier die handel gleich überfährt er dich wieder ja komm hau doch mal ab geh raus aus dem auto jetzt ja hier komm hau ab du da los renn weg ja jetzt sind wir auch fertig ja okay ich habe mir heute mal von sari das video eingefallen wie man das internet an der playstation statt erstellen kann das werde ich mir mal anschauen und gucken ob das mit mir auch was bewirkt habe ich schon was sie macht ja ja ich geh mal nicht zum dicht dran wir sind von sich aus heute dafür ich glaube dein mikrofon hängt heute ein bisschen ok kann gut sein ja ok marki was wollen wir jetzt machen die kunden einfach abballern von weit wo ja das habe ich jetzt gerade vor also konvoi ist gestoppt wir können theoretisch müssten wir jetzt nur ob wenn der rennt im haus der kreier dem turm hoch diese fenster um den scharmschützen habe ich da oben ist denn der rennen dahin die frauen weg mit dem konvoi war ein konvoi steht hinter der wand schießen ist das du schon mal machen daher verkauft weiß ich nicht ganz ehrlich oder greife ist die anderen mit an ich weiß aber ich weiß es nicht von hinter der wand schießen aus dem zaun raus da 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 in dem haus da drüben ja der ist gefallen hast du erwischt okay ja ja weil ich da echt welche herausforderung machen muss 856 meter wenn man sofort als gills testen aber das reicht nicht 806 muss mir kommen ich nicht mit dem schauschützengewehr wenn ich freie schussbahn habe komme ich hin erwischt du den da probiere ich gerade wenn ich ihn vor die linze kriechen der steht nämlich scheinbar genau an der ecke die